So, einfach mal querbeet hier durch. Das hat die Stadt, ja, ne? Ja, und das ist ne Stadt, wo sogar sehr viele. Krass. Na los, brennt. Jetzt mal über den Haufen rennen. Jetzt hat er erst die maximale Ausdauer. Oh, war das mein Name? Hey, Marston? Hey, Marston. Blubb. Da ist ein Bürger. Aber den fange ich jetzt bestimmt nicht. Weil dafür ist ja entschieden zu viel los. Ja, wo sind denn die anderen? Hallo? Ich dachte, der fängt gemütlich an zu brennen. Nix. Ja, genau. Voll die vom Pferd runter und dann mich umhauen. Du kannst den Ort retten, in dem du die Untoten erledigst. Ja, dachte ich mir schon. Wenn mir mal ein paar mehr Untote kommen würden. Und dass er sterben kann, wusste ich auch nicht. Na, hallo. Warum macht er nicht mehr den Move? Nix. Boah, wie schlecht. Ah, da sind sie doch. Mein Red Eye Fühlt sich viel zu langsam. Na, der war sehr gut. So. Boah. Boah, die explodieren sogar. Geil. Da war keiner in der Nähe. Na, wie nicht blöd. Hallo. Sauber. Das waren weibliche Böhre. Die legt sie auf der Draue. Die restlichen Untoten. Boah, die hasse ich so, ne? Na toll, in den Armen. Oh, schnell. Baller, 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 baller. Mist, wo fehlt. So, mir nach. Das fehlt mir auch ne. Das killt nämlich hier noch, ne? Oh, Mist. Der letzte Schuss da hinten. Boah. Aus wie ein Predator vom Kopf. Blub. Dankeschön. Boah, was ist denn los? Wer hat ärgert werden? Komm, tschüss. Viermal Dynamit. Wird bestimmt lustig. Genau, Repetiergewehr, ne? 117, sauber. Hier wir gehen. So, üblich. Truhen aufmachen, pennen gehen. Vielen Dank. Munition für Gewehr. Ich gehe mal instinktiv nach oben. War es bestimmt falsch. Oder einfach hier durch. Genau, erst nach der Tür zu machen. Na, bleib nicht hängen. Voll der Hängengebliebene. Ey, wo ist denn das Bett? Ich meine, ich kann mich ja in das Feuer legen. Ist auf jeden Fall warm. Ach, hier. In der Ecke. Stand irgendwas mit Loch. Ach, da brennt es noch. Oh, wird angegriffen. Was ist das denn? Manzanita Post. Und was sagt uns das? Genau. Schnellreisefunktionen benutzen. Da. Manzanita Post. Ich habe mich ja mitgekriegt. Genau, so viele wie auf dem Bildad, wenn mal was. Sonst sterben die Überlebenden. Mein Gott. Mehr kann man seine Munition nicht verschwinden. Ich habe schon schwer mit dem Ziel und Klapp dann immer so. Ah, hiermit geht das auch wieder sauber. Die Nahkampfwaffe. Eine Feuerflasche. Eins, zwei und drei. Bäm. Sollen wir nach Untote? Warum sind die so verstreut, die Penner? Wollen wir den erkennen, der da oben ist? Nö, ne? Ne, und das waren die drei hier vor, hier unten. Den anderen erkennt man noch nicht. Schade. Da, ah, jetzt kommt noch mal Ecke. Die Saudi. Ah, der ist schon unten. Schon unten ist er. Und blub. Ort gerettet. Das ist nett, dass jemand die Truhen voll machen. Ja, toll, ein Schuss, da die Kugel habe er rausgeholt. Gut, eine Feuerflasche hat, lohnt sich ja. Drei Schuss, das geht auch noch. Aber ein Schuss? Direkt mal speichern. Aber zuvor noch mal den anderen Grünpunkt holen. Ach, hier. Na, überschreiben, yo. Gucken wir erstmal, was noch offen ist hier. Ich glaube nur noch hier das Fragezeichen. Ja, okay, und der will dieses diesen Würger haben. Und hier ist noch alles voll. Ast rein. Na gut. Ich mache hier mal einen Cut. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Part. Tschö.